Willkommen zurück zu einem weiteren informativen Informationsproduktplatzierungs-Informationsvideo. Ich glaube komplizierter kann man es nicht aussprechen. In Zusammenarbeit natürlich mit Shakes & Fidget. Die haben gerade Oktoberfest. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Draufklicken ist ein Support. Wir werden es auch ein Support. Heute ein sehr kurzes, denn wir haben ja schon im letzten Video über einige Dinge gesprochen. Was eben so die Projekte werden. Dass der September sehr sehr mager aussieht. Und dass allgemein dieses Jahr auch nicht so viele krasse, mega fette Blockbuster kommen. Ja es kommt ein bisschen was, das haben wir ja schon besprochen. Aber heute geht es um andere Themen. Alles was an großen Spielen kommt und auch an kleineren Spielen werden sowieso Let's Blade. Große Blockbuster Titel auf dem Hauptkanal und der Rest auf meinem Zweitkanal. Und immer wenn die Leute Zweitkanal hören, sind sie komplett verwirrt und sagen Was? Es gibt einen zweiten Kanal. Ja, Link dazu in der Videobeschreibung. Quasi auch unter jedem Video. Keystore Live ist der Zweitkanal. Dort werden Let's Plays, die ich live aufgenommen habe, veröffentlicht. Und ich versuche das Ganze auch so unterhaltsam wie möglich für Menschen auf YouTube zu gestalten. Also wenn er sagt, ich kriege nicht genug von diesem Mann hier, ich will mehr Projekte oder wo sind die ganzen coolen Horrorgames und so weiter und so fort. Im Moment gibt es dazu sehr sehr viel auf dem Livekanal. Da parke ich das Ganze auch im XXL Format. Da kommen dann auch mal wirklich Videos raus, die drei Stunden gehen und so weiter und so fort. Also für die Menschen, die irgendwas Abendfüllendes suchen, schaut da gerne mal vorbei. Und wenn ihr live dabei sein wollt auf Twitch, da geht mir schon die Stimme weg, dann ja, Link dazu in der Videobeschreibung. So, das nur nochmal erwähnt, weil es irgendwie bei den Leuten absolut nicht ankommt. Viele sagen, ich will nicht auf Twitch, weil Twitch ist nicht meine Plattform. Twitch nervt, ich hasse Twitch und so weiter und so fort. Ich höre das dauernd und ständig. Jetzt haben wir diesen Zweitkanal und es trinkt auch bei den Leuten nicht durch. Die kriegen es einfach nicht mit, viele Leute. Es ist schwierig, es ist echt schwierig, die Leute zu informieren. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Es tut mir unglaublich leid, aber ich habe heute einen wahnsinnig trocknen Hals. Der Herbst ist da und ihr wisst ja. So, ich weiß, es gehört sich nicht. Ich entschuldige mich. Aber wie gesagt, heute, keine Ahnung, vielleicht liegt es an der Wetterumstellung. So, jetzt kommen wir zu wichtigen Informationen. Der Podcast. Eine Sache, wo auch eigentlich fast niemand überhaupt davon irgendwas mitbekommen hat. Ich habe einen Podcast gemeinsam mit ein Quantum Pro. Das war der Typ, der ein Skyrim-Let's Play gemacht hat. Der Podcast heißt Schlechte Freunde. Ist überall verlinkt unter jedem Video und sogar ein Banner findet ihr in den Videos drin. Also man kann eigentlich, wenn man ein bisschen meine Videos anguckt oder irgendwann mal die Beschreibung geguckt hat, kann man an dem Podcast eigentlich nicht vorbei. Und viele Leute haben sich, also viele, einige Leute haben sich beschwert. Viel ist immer relativ. Wenn es 100 Nachrichten sind, dann ist es natürlich irgendwie viel aufs große Ganze betrachtet. Wahrscheinlich nur ein Tropfen. Aber wo bleibt die Folge? Weil wir haben jetzt eine Woche Pause gemacht. Und das lag einfach daran, dass es Quantum nicht gut ging vergangene Woche. Und meine Woche, mein Tagesablauf ist einfach so randvoll. Wenn ein Termin nicht eingehalten wird, dann kann ich ab und zu mal sagen, okay, ich verschiebe irgendwas. Und dann gucke ich, dass ich das irgendwie hinbekomme, dass wir das am selben Tag noch aufnehmen. Aber meistens ist die Woche wirklich so randvoll und alles ist Stein auf Stein zementiert, dass ich da nicht irgendetwas nachholen kann. Besonders jetzt, es hat sich alles verändert. Der Podcast ist auch nicht, wie die meisten denken, eine Stunde in der Woche, sondern da steckt natürlich wie immer auch mehr dahinter. Es ist einfach so. Man denkt immer so, naja, da hat er einen Zweitkanal, da macht er halt zwei, drei Thumbnails, lädt das alles hoch, schneidet ein bisschen rum, macht eine Videobeschreibung, überlegt sich noch einen fetzigen Titel, guckt halt, dass das Thumbnail auch irgendwie ein bisschen catchy ist, guckt, dass eine Playlist läuft, guckt, dass alles einsortiert ist, dass die Tags immer stimmen und dass die ganzen Verlinkungen richtig sind. Und auf einmal merkt man, oh, man sitzt ja da auch schon wieder zwei Stunden jeden Tag dran. So ist es halt eben nun mal. Das ist jetzt keine Beschwerde, sondern es ist einfach Fakt. Ja, ich habe sehr, sehr wenig Zeit, leider. Und ich stecke alles, wirklich alles, was ich an Zeit habe, in die YouTube-Maschine, in die Twitch-Maschine und eben auch in die Podcast-Maschine. Im Allgemeinen bin ich mit dem Podcast aber auch nicht so zufrieden, denn ich finde, ein wöchentlicher Podcast ist sehr, sehr schwierig zu gestalten. Weil in letzter Zeit, vielleicht habt ihr mal so ein bisschen in Newsportale reingelesen, es geht eigentlich nur noch um eine große globale Sache, Krieg. Und die Resultate, die daraus folgen, wie Wirtschaftskrise, Inflation, Energieprobleme, die Gefahr, dass bald ein atomarer Krieg losgeht und so weiter und so fort. Und es kommen also wirklich nur negative Sachen auf uns zugerollt. Die positiven Dinge, das ist einfach so, die sind so marginal klein und es passiert halt auch einfach nicht mehr irgendwie so witziger Bullshit. Ja, ich habe so das Gefühl, als wäre seit einem Jahr die ganze Welt in einer tiefsitzenden Depression gefangen. Und wir wollen natürlich auch immer gerne ein wenig Ernstigkeit in unserem Podcast haben. Ja, es ist ja auch ein satirischer Podcast, also alles, was wir darin sagen, sollte man auch nicht immer gleich knallprügelhart nehmen. Ja, es ist ein gesellschaftskritisches Format, wo auch vieles gesagt wird, was man nicht wörtlich nehmen sollte. Was tun einige, wie zum Beispiel satanistische Rituale oder so ein Kram, das ist halt natürlich alles Bullshit, ja. Das ist alles Bullshit oder vielleicht auch doch nicht, wer weiß. Aber Elon Musk, vielleicht ist er ein Echsenmensch. Who knows? Bigfoot ist vielleicht dein Steuerberater. Who knows? Aber es ist natürlich ein Bullshit-Podcast mit einem kleinen, wahren Kern dahinter. Und weil wir eben nicht nur von negativen Dingen reden wollen und die Leute auch nicht runterziehen wollen, indem wir ihnen erzählen, ey, die Welt geht rapid in den Abgrund hinein, ist es für uns echt schwierig, den Podcast spannend für euch zu gestalten. Und ich merke einfach in letzter Zeit, ey, einmal die Woche ist, glaube ich, nicht drin. Und ich bin am überlegen, ob er nur noch dreimal die Woche kommt. Einfach damit ein bisschen frisches Blut in den Podcast kommt, ein bisschen frisches Knabenblut für Satan. Weil es irgendwie, ja, es ist schwierig. Und der nächste Faktor ist, ich habe sehr viel Feedback bekommen, als ich gefragt habe, und, wie seid ihr zufrieden? Alle sind zufrieden, also 99% sind zufrieden mit dem Podcast. Aber viele haben gesagt, ich komme nicht hinterher, ich bin jetzt bei Folge 40 und wir sind schon bei 80 Folgen und so weiter und so fort. Also die Leute haben auch nicht Zeit, jede Woche eine Stunde, anderthalb in ihren Alltag zu integrieren. Oder, sagen wir mal, sehr viele Menschen nicht. Und das merken wir auch ganz deutlich bei den Analytics. Man kann ja alles nachforschen und nachvollziehen. Und wir merken einfach, dass die Leute nicht hinterherkommen, dass der alte Kram halt nachzieht. Und der neue Kram erst mal auf Halte geparkt wird, weil sie sagen, ja, okay, Folge 80, gut, ich bin jetzt bei Folge 50. Wir sehen uns dann in zwei Monaten und dann sind wir schon bei Folge 140 und, you know, ne? Und dementsprechend bin ich am überlegen, ob wir das nur dreimal im Monat machen, den Podcast. Und eine Folge, weil wir den Podcast irgendwie auch ein bisschen finanzieren müssen. Er bleibt natürlich weiterhin kostenlos, ja? Er bleibt natürlich weiterhin für jedermann kostenlos. Aber wir überlegen, ob wir eine kleine Sonderfolge, weil es gibt Leute, die haben auf Steady Monatsbeitrag hinterlegt und unterstützen den Podcast und alles. Und wir wollen die natürlich auch irgendwie verwöhnen. Aber als ich den Podcast angefangen habe, wusste ich nicht, dass ich in der nahen Zukunft Hausbesitzer bin, wo ganz viele Probleme auf mich zukommen. Und ich wusste auch nicht, dass ich einen kleinen Sohnemann habe, ja? Das sind alles Dinge, die wusste ich bei Erstellung des Podcasts eben noch nicht, weil das Ding läuft jetzt auch schon wieder bald zwei Jahre. Und so ist es eben. Ich kann nicht in die Zukunft gucken, ich habe keine Kristallkugel. Ich kann euch nicht sagen, was morgen passiert, ja? Alles, was ich sage, kann morgen schon wieder an Bedeutung verlieren, weil irgendwas passiert. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass man ein Mensch ist, der nicht sein Wort hält oder, oh, du veränderst dich und bla, bla, bla. Ja, das Leben ist natürlich keine feste Konstante, sondern es passiert was, du reagierst, alles ist anders, hm? Und wir wollen natürlich auch haben, dass die Leute auf Steady irgendwas bekommen und wir sind da schon ewig am Rumüberlegen. Aber ich sage euch, wie es ist, der Podcast blockiert fast den ganzen Sonntag. Also der Podcast geht von 11, meistens bis 15, 16 Uhr. Und das sind zwar nur fünf Stunden von meinem Sonntag, aber ihr wisst ja, wie es ist, ne? Man kommt hierher, ich mache ein bisschen Kram, dann nehme ich den Podcast auf, dann ist 16, 17 Uhr, um 20 Uhr ist schon wieder der Livestream. Ich habe drei Stunden dazwischen, die kann ich irgendwie noch mit meiner Family nutzen. Der Sonntag ist eigentlich Podcast, ja? Er ist komplett blockiert durch den Podcast. Und damit wir das irgendwie alles hinbekommen, haben wir uns überlegt, vielleicht eine Bonusfolge dann für die Steady-Leute und das Ganze wirklich noch dreimal die Woche zu machen, damit der Podcast auch nicht irgendwie an Dynamik verliert, damit man auch selbst die Lust dabei behält, weil es ist halt echt schwierig, wenn man kein fix themenbezogener Podcast ist. Wir sind ja auch so ein Alles-ist-drin-Podcast. Und das ist echt schwierig. Das ist wie mit Gaming. Wenn du ein Minecraft-Kanal bist und du machst immer nur Minecraft, die Leute wissen, Keystraw, Minecraft. Dann ist es viel, viel einfacher, als wenn du ein... Ich spiele einfach alles, worauf ich Bock habe, Kanal bist. Weil irgendwann kommt eine Flaute, die du nicht einlenken kannst. Ich kann im Moment nichts dafür, dass im September so gut wie keine Games kommen. Ich kann nichts dafür, dass alles aufs nächste Jahr schon wieder verschoben wurde. Aber ich muss mit den Konsequenzen leben. Und genauso ist es mit Podcast. Wenn die ganzen Nachrichten und das Weltbild mit Krieg dominiert ist und wir wollen darüber nicht reden oder dass die Queen gestorben ist, ist schwierig. Und wenn man dann schon seine Lieblingsfilme erzählt hat, seine Lieblingsserien erzählt hat, seine Lieblingscomics erzählt hat, dann kommt man irgendwann über die ganzen Monate hinweg in so eine Schleife hinein. Ja, dann kommen die Fragen. Ey, habt ihr Podcast-Themen? Fragen wir ja auch die Leute auf Instagram und so weiter. Link dazu in der Videobeschreibung. Dann kommt auch immer nur dasselbe bei rum. Was ist euer Lieblingsessen? Was ist euer Lieblingsfilm? Welche Serien könnt ihr mir empfehlen? Was zockt ihr am liebsten? Was ist euer Lieblingsgame? Hat ein Spiel euer Leben verändert? Hat ein Film euer Leben verändert? Welche Romane lest ihr? Und so weiter und so fort. Habt ihr mal Magic gespielt? Das ist alles schon irgendeiner Form beantwortet und thematisiert worden. Und dementsprechend, ja, uns gehen die Themen aus. Es ist einfach so. Redet doch mal über Aliens. Haben wir. Redet über Verschwörungstheorien. Haben wir. Redet über Bigfoot. Haben wir. Redet über Pimmel. Haben wir mehrfach. Über Arschlöcher. Alles durch, mein Freund. Wir haben die Arschlöcher von innen, von außen, von oben, von unten komplett durchthematisiert. Wenn sich einer mit den kleinen Dingern auskennt, dann wir. Ja? Es ist einfach so. Ja, wenn wir jetzt irgendein Podcast wären, der nur über Finanzen oder sowas diskutiert, dann hätte man auch irgendwie immer ein Thema. Wenn wir ein Podcast wären, der nur über was kam neu auf Netflix diskutiert, dann hätten wir immer ein Thema. Aber so sind wir halt nicht. Wir sind, ja, alles und das macht es dann irgendwie auch kaputt. Auf der einen Seite hast du alle Optionen offen. Auf der anderen Seite, wenn dann so ein Engpass kommt, verschließen sich auf einmal alle Pforten irgendwie. Ganz bizarr. So ist es auch beim Gaming. Auf der einen Seite muss man meinen, ey, so ein Kanal wie du, Kies, der hat doch unendlich viel Kram. Und im Endeffekt habe ich auch unendlich viel Kram. Aber davon schmeckt irgendwie nur 10% der Meute. Und wenn diese 10% plötzlich weg sind, habe ich null. Gut, das zu diesem Thema. Ich wollte euch informieren, der Podcast geht weiter. Aber ich bin nicht so wirklich zufrieden. Und ich würde mir freuen, wenn ihr jetzt euer Feedback mal in die Kommentare reinhaut zum Podcast. Eure Gedanken. Und nicht irgendwie so eine oberflächliche Frage wieder wie, ja, dann redet doch über Film oder so einen Quark. Sondern wirklich mal so ein bisschen in euch kehren und eure ehrliche Meinung rausrücken, ob ihr das gut findet, ob ihr es besser findet. Lieber ein bisschen weniger Masse, dafür eine Masse mit mehr Qualität, ob ihr euch dafür begeistern könnt und so weiter und so fort. Das wäre mal echt toll, weil Feedback ist immer wichtig, ja. Und auch wenn ihr immer denkt oder viele denken, ey, der liest das alles nicht und ihm geht doch eh alles an seinem reichen Arsch vorbei. Nein, ist es nicht, ja. Also wir lesen uns viel durch und wir nehmen uns auch viel zu Herzen. Nur wir kommunizieren das immer vielleicht nicht so, dass man das richtig nachvollziehen kann. Ansonsten kriege ich auch ganz viele Fragen zu Quantum. Das will ich jetzt auch noch ganz schnell hier reindrücken. Was ist mit Quantum? Wo ist Quantum? Und so weiter und so fort. All diese Fragen kann ich nicht beantworten, weil es seine Sache ist, ja. Er streamt nicht mehr, ist nicht mehr auf YouTube. Wieso, weshalb, warum? Schreibt ihm eine PN, vielleicht gibt er euch eine Antwort. Aber ich werde es nicht beantworten, weil, ich meine, ich kenne ihn, ja. Ich kenne ihn wahrscheinlich mit am besten auf der Welt. Aber ich will halt auch Gespräche, die wir privat miteinander führen, nicht in die Öffentlichkeit tragen, weil ich ihm halt da nicht ans Bein pissen will, ne. Wisst ihr Bescheid? Deswegen sage ich dazu nichts. Nicht, weil ich Hass schüre oder sonst irgendwas, weil ich einfach Respekt habe vor seinem Privatleben. Das gleiche betrifft auch Kreis. Wenn die Leute wissen wollen, was ist da los, wieso, weshalb. Ich sage dazu nichts. Wenn ich dann wieder mit ihm Videos mache, dann kommen wieder Videos. Aber was zwischen uns privat diskutiert wird, das hat nichts mit Beef zu tun, sondern es passieren vielleicht einfach Dinge, wo irgendjemand verhindert ist, dann tragen wir das nicht in die Öffentlichkeit. Wir sind halt nicht diese Sorte YouTuber, die alles maximal ausschlachten müssen. Okay? Gut. Dankeschön. Habt einen schönen Abend und ja, kommt in meinen Stream, wenn ihr Bock habt. Tschüss.